Hallo und herzlich Willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede und auch ein herzliches Willkommen zur 46. Podcast-Folge. Das ist ja immer mega. Ich freue mich mega weiterzumachen und euch coolen, ja, müsst ihr für euch selber entscheiden, ob das cooler Content ist. Aber halt mal ein paar Sachen wieder weiterzugeben. Ich habe Bock auf diesen Podcast weiterzumachen, gerade auch, weil ich in den Kursen, wo ich gerade drin stecke, wo ich auch mit Leuten zu tun habe, die aus dem Maler- und Lackierer-Handwerk kommen, gefragt wurde, Mensch, machst du mit deinem Podcast noch weiter? Die Leute kannte ich vorher gar nicht. Das fand ich, ist so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ey, cool, das kommt ja bei Leuten an, wo mir das mal bewusst wurde, bei vielen Leuten kommt es an, die kenne ich natürlich selber gar nicht. Und dass die Nachfrage denn da ist, ob ich denn nicht mal weitermache damit. Und man sieht es auch in den Aufrufzahlen, dass es ganz gut bei euch ankommt und dass ihr euch anscheinend auch für ein paar Dinge interessiert, die ich hiermit anspreche. Finde ich super, finde ich klasse und deswegen, weil ich das hier auch irgendwie gerne gemacht habe, mache ich jetzt heute an der Stelle damit weiter. Der Titel verrät das von dieser Podcast-Folge schon mal. Vom Meisterkurs-Link zum Dozenten. Ich bin jetzt Meisterkurs in Frankfurt oder Hennigendorf, bin ich Dozent für ein Stoffgebiet, das nennt sich Werkstoffkunde, also Werkstoffe, Systemkomponenten, Hilfsmittel. Das mache ich. Und wie es dazu gekommen ist, das will ich in dieser Podcast-Folge verraten. Was mich einmal kurz vorab sehr beschäftigt, gerade in letzter Zeit und weshalb ich mit diesem Podcast nicht so wirklich weitergemacht habe. Ich habe mich auf ein gewisses Thema konzentriert und das ist das, was ich gerade auch in diesem Kurs behandle, was mich so viel Zeit und Energie kostet und auch eine Menge Grips, sage ich mal, dieses Ding, diesen Kurs aufzustellen, dass das irgendwie eine Form hat, dass ich es strukturiere. Das hat eine Menge Zeit gekostet, eine Menge Zeit und Energie und deswegen habe ich mit diesem Podcast zum Beispiel auch erstmal nicht weitergemacht, weil mir auch zum gewissen Punkt dann irgendwann keine wichtigen oder, wo ich für mich gesagt habe, wichtigen Themen oder relevanten Themen mehr so im Kopf waren und habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt über irgendwelche Müllberichte erzähle oder so, das bringt euch auch nichts, das würde eure Zeit verschwenden wahrscheinlich, deswegen fangen wir damit gar nicht erst an und habe das dann erstmal sozusagen auf Trockeneis gelegt und hier sind wir. Also mich beschäftigt auch zur Zeit sehr die Weiterbildung, Weiterentwicklung. Ich glaube, ihr werdet selber verstehen, wenn du Dozent sein möchtest oder Lehrer, Weitervermittler, dann musst du dich mit diesen Themen, die du weitervermitteln möchtest, natürlich nochmal intensiver auseinandersetzen, damit du auch gewisses Grad an Qualität bieten kannst, damit du keinen Schwachsinn erzählst, damit ihr auch was davon habt, was ich für euch sozusagen erstelle, was ich für euch auf die Beine stelle, dass ihr vielleicht auch eine bessere Erklärung bekommt, als es manch anderer vielleicht erklären würde oder wie es die Lehrbücher erzählen. Und ja, das hat mich natürlich sehr beschäftigt, auch in Sachen Weiterbildung, Weiter-, also Fortbildung, dass ich auch von Tag zu Tag so ein kleines bisschen besser werde in einem Gebiet, was ich mir aussuche. Ob das jetzt nun Achtsamkeit ist, ob das Aufmerksamkeit ist, ja, Energie, wie man Energie richtig einsetzt, Fokus oder halt diese Maler-Themen in Sachen Werkstoffkunde jetzt gerade. Ja, das bringt natürlich eine Menge, wenn man sich damit auch wirklich zeitintensiv auch auseinandersetzt. Und das reicht ja auch schon, wenn du dich zwei Stunden am Tag, zum Beispiel abends oder morgens, falls du ein Morgenmensch bist, dich mit diesen Themen intensiv auseinandersetzt, die dich aber auch wirklich packen und auch interessieren. Weil es bringt dir natürlich nichts, wenn du dich in einem gewissen Grad verbessern möchtest, in einem, ja, für dich Problem oder, oder, ja, du bist halt nicht gut in irgendeiner Sache, die dir aber auch nicht liegen soll von dir aus, ja. Du willst das gar nicht, dann bringt es natürlich auch nichts daran, noch weiter zu arbeiten und den Fehler zu, naja, einer Stärke zu machen. Sondern du solltest dann eher deine Zeit investieren, deine Stärken stärker zu machen und dann ein besserer, ja, qualitativ hochwertiger Profi in dem Gebiet zu werden, in dem Gebiet, wo du dich auch wirklich wohlfühlst, wa? Und, ja, deswegen einmal das, was mich halt beschäftigt hat, auch in der Vergangenheit, wie soll das alles weitergehen. Ich möchte auch ein ganz großes Dankeschön an alle YouTube-Abonnenten, YouTube-Aufrufer, Podcast-Abonnenten und so sagen. Wirklich ganz großes Dankeschön, weil es gibt mir auch diese kleine Bestätigung für mich selbst, die finde ich auch wichtig, als Ersteller zu sehen. Es ist relevant, was ich hier produziere, was ich rausgebe an euch, auch völlig kostenlos, ja, mit einer Menge Zeit, die ich nie mehr wieder zurückbekomme in meinem Leben und euch damit helfen möchte und zu sehen, dass es gut ankommt, dass ich mit meinen Sachen wirklich helfen kann, ja, dass es euch wirklich hilft, auch in Prüfungen oder so, das bringt mir nochmal so einen, naja, so einen Herzensmoment an Bestätigung, dass ich das auch wirklich weitermachen möchte. Es ist meine Leidenschaft, es ist meine Passion, ich will oder ich lebe dafür, für das Maler- und Lackiererhandwerk, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch für die Weiterbildung von anderen, ja. Ich will euch hochziehen, ich will euch unterstützen, das Beste aus euch herauszuholen im Thema Maler und Lackierer, egal, ob du angehender Geselle bist, ob du Geselle bist, der sich nur weiterentwickeln möchte, aber jetzt nicht unbedingt den Meister anstrebt oder jemand, der halt wirklich den Meister anstrebt und den Meistertitel auch wirklich erreichen möchte, ja. Und das ist halt meine Passion und dadurch, dass ich selbst trotzdem in letzter Zeit überhaupt gar nichts auf YouTube hochgeladen habe, in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahren, finde ich es umso erstaunlicher, dass die Aufrufzahlen oben bleiben, dass die Stunden an Wiedergabezeit bei 10 Minuten Videos oder so, dass sie oben bleiben und dass da so viel Nachfrage ist und so viel positives Feedback kommt, das hätte ich mir in den allerschönsten Träumen nicht ausmalen können. Dafür danke, danke, danke. Jetzt aber zum Podcast-Thema endlich. Ja, wie bin ich vom Meister-Kursling zum Dozenten geworden, wem es interessiert? Ja, das hat damit angefangen, dass ich den Wunsch hatte, die Azubis auszubilden in den Lehrwerkstätten bei der Überbetrieblichen. Ich habe meine Überbetriebliche in Hennekendorf gehabt damals bei der Ausbildung von 2014 bis 2017 und fand es da immer cool, in diesen Werkstätten zu arbeiten und dann da immer einen Meister zu haben, der ansprechbar ist und fand es eigentlich richtig, richtig cool und habe mir dann halt eben auch schon vorgestellt, wie ich vielleicht selber mal da arbeiten würde. Und ich habe dann auch so ein bisschen angefragt über die Leute, die ich schon kannte, die da gearbeitet haben und die haben halt immer gesagt, ja, da gibt es leider gerade keinen Bedarf, dass du das machen könntest. Und ja, somit habe ich das dann sozusagen erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, habe dann YouTube gemacht, habe dann Podcast gemacht. Und jetzt, oder was heißt jetzt, letztes Jahr, letztes Jahr im November oder noch ein bisschen früher muss das gewesen sein, war ich auf einem Event von einem Farbhersteller, ich sage jetzt keinen Namen, und habe dort einen Meister getroffen, der hat in dieser Lehrwerkstatt ausgebildet und der arbeitet jetzt dort bei diesem Farbhersteller und Vertreiber. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, wir haben bestimmt 15 Minuten lang herrlichst gelacht und so und es hat wirklich Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Und dann sind wir auf den anderen Meister gekommen, der auch in Hennigendorf arbeitet und jetzt bald in Rente ist. Der ist jetzt, der ist ja eigentlich schon in Rente, aber er arbeitet trotzdem noch so ein bisschen und uns ganz aufrechtzuerhalten. Und ja, da sind wir halt auf das Thema Herrn... gekommen. Wir nennen ihn Herrn G. Und ja, dann sind wir auf ihn gekommen und er meinte, ja, der müsste eigentlich heute auch mit seiner Frau kommen. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist ja mega, da habe ich ja einen coolen Ansprechpartner schon. Und dann war dieser Traum sozusagen wieder so ein bisschen befeuert. Und dann haben wir ihn tatsächlich gefunden, wir sind ins Gespräch gekommen und dann habe ich das so langsam einfließen lassen. Mensch, wie sieht es denn aus? Braucht ihr in Hennigendorf nicht irgendwie noch jemand, der in der Lehrwerkstatt so ein bisschen die Azubis mit ausbildet? Ist da Bedarf da? Und da hat er gesagt, ja, leider nicht. Also da ist kein Bedarf da. Es ist alles, selbst wenn der ausfällt, dann springt eine andere Meisterin rein, auch kurzfristig. Und ja, deswegen habe ich dann schon gedacht, ah, okay, ja, das ist immer noch so. Und dann meinte er aber, naja, aber, ja, wir nennen ihn Herr R. Herr R. hat aber noch Bedarf im Meisterkurs dann Dozenten zu finden für Sachen Werkstoffe, Hilfsstoffe, Systemkomponenten. Würdest du dir das zutrauen? Und dann habe ich tatsächlich ganz kurz, kennst du das, wenn so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen und Engelchen sagt ja, sag einfach ja, du wirst reinwachsen, du wirst darin aufgehen und du wirst mit der Zeit auch besser und wirst zu einer besseren Version von dir selbst, sag einfach ja und guck mal, was passiert. Und dann Teufelchen kommt eigentlich gar nicht so richtig zu Wort, aber Teufelchen sagt halt so ganz leise so, nee, mach's nicht, das ist vielleicht schon zu hoch gegriffen, du bist zu jung dafür oder so. Aber der hat, wenn du dir das bildlich vorstellst, so ganz kurz und ganz leise gesprochen, der Teufel. Und das Engelchen hat einfach gesagt, ja, mach einfach, hat so richtig geschrien so. Und ich habe dann einfach ja gesagt, klar, so, traue ich mir zu. Und hat Herr R, nee, Herr G, natürlich auch gesagt, ja, ich würde dir das auch zutrauen, so wie du auftrittst und so. Das scheint es ja selbst zu wusst, du kriegst es schon hin. So, und dann haben wir Kontakte ausgetauscht und haben wir telefoniert, habe ich mit Herrn G, ja, R telefoniert, jetzt kommt völlig durcheinander und haben letztendlich einen Termin ausgemacht und haben aber geguckt, wie wir das gestalten, alles hier und so. Und so, der einzige Nachteil, der dabei besteht, ein Dozenten-Dasein anzutreten ist, du bekommst so gut wie nichts gestellt. Du bekommst keine Arbeitsblätter oder sowas, wie in der Berufsschule, keine Arbeitsblätter gestellt, keine Vorgaben so richtig im Detail, was du bearbeiten sollst, sondern du hast deinen Rahmenlehrplan. Da steht dein Feld drauf, Werkhilfstoffe, Systemkomponenten und dann steht da zum Beispiel als Überschrift, Bindemittel, Lösemittel, also Löse- und Verdünnungsmittel, Pigmente, Farbmittel, Allgemein, steht da halt so mit drauf. Und du stehst vor diesen riesen Überschriften und denkst dir so, aha, ja, und was davon ist jetzt prüfungsrelevant, was kommt dran, so als Frage, wie sind die Fragen gestalten oder so. So, ja, das musst du dir dann irgendwie selber erarbeiten und erfragen. Und ja, da musst du das Ganze selber gestalten. Und das hat mich halt eine Menge Arbeit und eine Menge Zeit gekostet. Die kriege ich auch nie wieder. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich bin ja besser dadurch geworden. Ja, das ist wie eine eigene Recherche ins Detail, weil ich muss das ja Leuten beibringen oder nahe bringen. Die haben das zum Teil schon alles mal gehört, aber so, wenn es in die Chemie reingeht, und ich bin auch kein Chemiker, ja, das ganz ehrlich dazu gesagt, aber so in die Chemie reinzugehen und das dann auch nochmal mit aufzuschlüsseln und nichts zu vergessen, das hat, sage ich mal, so einen Lerneffekt gehabt. Ich habe sowas von krass recherchiert. Ich saß hier meistens auch mehr als zwei Stunden noch abends da und habe dann versucht, was auszuarbeiten. Erstmal als PowerPoint. Ich weiß, PowerPoint ist jetzt nicht so geil, aber um eine Grundlage zu haben, um eine Basis zu haben, habe ich mir gedacht, okay, machst du erstmal PowerPoint, dann vergisst du auch nichts. Das ist wie ein riesen Spickzettel, so weißt du. Ja, das war erstmal die Herangehensweise und mittlerweile habe ich mich auch so weiterentwickelt, dass ich jetzt Quizze mit einbaue und diese Quizze kommen extrem geil an. Und um dich so ein bisschen, ja, um dir das mal zu zeigen, hier in diesem Podcast, das ist ein bisschen unmöglich, aber ich werde dir hier mal unter diesem Podcast, unter dieser Folge einen Link verlinken zu einem Quiz. Es ist völlig kostenlos. Es hat trotzdem Stunden gedauert, das zu erstellen. Es wurde bereits ein bisschen angepasst, weil ab und zu mal ein Schreibfehler auftaucht. Na klar, wenn man Stunden sitzt und das erstellt und es ist schon spät, dann taucht auch mal ein Schreibfehler auf. Das ist meine Ausrede. Will dir damit auch helfen? Diese Quizze sind öffentlich, sind kostenlos. Du musst dich nur über die App anmelden zum Beispiel. Kannst das Ding durchlaufen und kannst am Ende auch sehen, was sind schwierige Fragen, ja, was, woran musst du noch arbeiten, das zu verstehen zum Beispiel. Und was ist schon so auf Anhieb, wo du sagen kannst, ey, okay, brauche ich mir keine Gedanken mehr drüber machen, habe ich drauf. Und das finde ich richtig geil, dass du am Ende so einen Bericht hast, was war richtig, was war falsch, wo hast du eine schnelle Reaktion gehabt, weil du es sofort wusstest, oder wo hast du sehr lange gegrübelt, wo hast du das Zeitlimit überschritten, hast du also gar nicht beantwortet. Und sowas finde ich total, total interessant und kostet mich tatsächlich auch ein bisschen Geld, das ist aber in dem Sinne egal, weil ich ja damit arbeiten kann und das ja auch durch mein Honorar sozusagen als Dozent gedeckelt wird. Und das finde ich ganz cool und bringt mir und den anderen auch sehr, sehr viel und ja, habe schon gute Bewertungen drauf bekommen, das finde ich natürlich auch immer cool. Und ja, deswegen verlinke ich dir hier und drunter gerne mal ein Quiz, kannst du gerne machen, falls es dich noch weiter interessiert, kannst du gerne die anderen Quizze auch machen, die da mit in meinem Profil mit angezeigt werden. Ich will dich unterstützen, wo ich kann und vielleicht lässt du mir auch eine geile positive Bewertung oder überhaupt eine ehrliche Bewertung da, vielleicht kann man auch noch was verbessern, vielleicht fehlt noch was. Und ja, soviel erstmal dazu. Der erste Teilzeitkurs, mit dem ich angefangen habe im November letzten Jahres, der ist durch, der hat jetzt seine Prüfung geschrieben und ja, jetzt geht es halt an den Vollzeitkurs, den hatte ich jetzt auch schon einmal. Und ja, ich mache das dann immer samstags zum Beispiel von 8 bis 15 Uhr und dann beschäftigen wir uns immer mit zwei Themen. Zwei Themen will ich immer durchbekommen, also zum Beispiel Löse- und Verdünnungsmittel einmal und zum Beispiel ein kleineres Thema, sagen wir Additive, dann nochmal am gleichen Tag. Und ja, so baue ich mir das dann so ein bisschen auf für den Tag, dann gehen wir in Interaktion, also ich stelle auch immer wieder Fragen ab, aber auch mal, ja, ob das rübergekommen ist, gibt es Verständnisfragen, dann gehen wir darauf nochmal näher ein. Wenn ich irgendwas nicht weiß und das kommt auch vor, natürlich, ich kann auch nicht alles wissen, so, wer bin ich, weißt du, dann google ich oder dann sage ich, komm, ich reiße nach und dann reiche ich es auch wirklich zum nächsten Mal nach. Dann wird die Frage beantwortet, dann erstelle ich von mir aus auch nochmal eine kleine PowerPoint dazu oder so zu Rostgraden, Entrostungsgrade und sowas. Habe ich alles schon gemacht und da soll keine Frage offen bleiben, nicht auf lange Sicht auf jeden Fall. Und deswegen, ja, das ist mein Ansatz dazu, ich lebe dafür, wie gesagt, das ist meine Passion, mir ist da tatsächlich auch dieses große Geld oder sowas nicht so wichtig, weil es eben komplett meine Passion ist. Und das, das will ich dazu sagen, ja, also, ja, soviel zu dem Thema. Mein Resümee, erstmal zu den Sachen, die ich bisher gemacht habe als Dozent und wie es bis dahin gekommen ist. Mein Resümee ist, mach einfach, wenn du eine Chance bekommst im Leben, die dein Leben, sage ich mal, jetzt nicht zu 100% verändert, aber schon zu einem gewissen Teil. Dann mach es einfach, wirklich mach es einfach, weil, wenn du, klar, wenn du zu sehr zögerst, dann, ey komm, mach es nicht. Dann bist du in deiner Routine, in deinem, wie sagt man, deiner Komfortzone halt so ein bisschen, steckst halt so ein bisschen drin. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn du sagst, okay, ich fühle mich so wohl, das wäre vielleicht ein Schritt zu weit, ich kriege da regelrecht Panik, dann mach es nicht. Dann ist das okay. Ja, aber wenn du so der Typ bist, der sagt, ey, okay, ein bisschen Veränderung immer mal wieder in meinem Leben ist schon was Cooles und bringt mich auch an meine Ziele weiter, wenn du Ziele hast, dann mach es einfach, egal wie viel Angst du davor hast. Wie gesagt, selbst wenn du, also wenn du Panik bekommst, ist es scheiße, aber wenn du schon wirklich so einen kleinen Adrenalinkick hast, so du, ja okay, du würdest dich freuen. Das ist aber eine große Überwindung, ganz ehrlich, die ersten drei Male Unterricht hatte ich, ähm, hatte ich schon weiche Knie, muss ich, muss ich sagen, weil du stehst ja vor fremden Leuten erstmal und willst jetzt denen was erzählen, obwohl ein paar doppelt so alt sind wie du vielleicht, äh, und klar, manche auch jünger, gibt's ja auch, so wie ich damals, ähm, aber trotzdem, diese Überwindung, ja okay, ich hab mich, äh, besser auseinandergesetzt damit und ich hab mich auch intensivst auseinandergesetzt damit. Ich denke, wir können gut in Interaktion gehen und wenn es Fragen gibt, dann werden die auch beantwortet und ich denke, das ist nur menschlich und, ähm, deswegen finde ich das so, wie es jetzt gerade ist, total geil und ich freue mich auf die kommenden Jahre, weil ich jetzt schon weiß, es gibt so eine krasse Veränderung jetzt in nächster, in nächster Zeit, bei mir und auch bei anderen natürlich. Ähm, ähm, in der Entwicklung, ähm, in der Entwicklung, weil man sich so sehr mit diesem Stoff auseinandersetzt und da vielleicht bald auch ein Experte draus wird. Und da freue ich mich drauf, ich freue mich auch, dich weiterhin zu begleiten und das war's jetzt erstmal mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich schon auf die nächste und, ja, bleib auf jeden Fall dran, mach gern mal dieses Quiz, es freut mich, ähm, auf jede Rezension, die, die darüber entsteht. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Dein Malermessler, Zito. Ciao, ciao.